15 Jahre Blattfreude Bloodguard Jubiläum, falls ihr immer schon mal Fragen hättet zu DIVORCHERY oder auch Bloodguard oder Balgeroth, dann ist jetzt die Chance sich zu stellen. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare oder schickt mir auch gerne als Video eine Botschaft an thomas.divorchery.de ARD Text im Auftrag von Funk